Grüß Gott zu einer neuen Minuten Predigt. Erinnern Sie sich noch, letzte Woche ging es um die Ersten und die Letzten im Reich Gottes und dass man diejenigen, die man selber mitunter als die Letzten ansieht, doch einmal auch wahrnehmen sollte als diejenigen, die die Ersten im Reich Gottes sein können. Das hat aber auch Folgen auf meine eigene Vorstellung von mir selber. Und davon hören wir im heutigen Evangelium. Denn da redet Jesus davon, dass diejenigen, die als Christen, als seine Nachfolger irgendwo eingeladen werden, nicht immer nach dem Ehrenplatz suchen müssen. Nicht immer nach dem ersten und besten Punkt, wo sie sich in Szene setzen können, sondern dass sie sich bescheiden auch einmal im Hintergrund bewegen können und dürfen, ja geradezu sollen. Dass sie nicht suchen sollen, wo sie im Vordergrund stehen, sondern dass es ihnen wichtiger darum gehen müsste, dass Christus, dass Gott im Vordergrund steht. Und dass aus dieser Verbindung mit ihm sie dann die Ehre, die ihnen verheißen ist, dann auch bekommen können. Und das ist gerade für uns Pfarrer natürlich in Bayern gleich gar eine der größten Herausforderungen. Denn wo werden wir immer hingestellt, wenn wir irgendwo in einen Saal oder irgendwo in eine Versammlung kommen oder zu einer Hochzeit eingeladen werden oder zu einer Taufe auf die besten Plätze. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, dass ich mich eigentlich, nachdem ich die Menschen in den Räumen begrüße, eigentlich immer zu einem Platz hinführen lasse. Dann kann mir wenigstens niemand nachsagen, ich hätte ihn mir ausgesucht. Das ist eine Form, von der ich meine, dass sie bescheiden ist, auch wenn, wie Sie vielleicht wissen, Bescheidenheit nicht meine größte Stärke ist. Aber ich wünsche Ihnen, dass Sie auch für sich und Ihre Woche dann überlegen, wo Sie einmal ein bisschen Bescheidenheit lernen können, wo Sie Christus in den Mittelpunkt stellen und nicht sich unbedingt. Dann sind Sie ganz nah bei seiner Ehrenabordnung.